Das Fernsehen in Syrien wird vor allem von der General Organisation of Radio NTV, Syrie, welche dem syrischen Informationsministerium untersteht, kontrolliert. Sendebeginn des syrischen Fernsehens war der 23. Juli 1960. Zunächst wurde ein 90-minütiges Programm ausgestrahlt. Ab 1978 wurde teilweise in Farbe gesendet, seit 1980 wird das gesamte Programm farbig ausgestrahlt. 1985 startete ein zweiter Sender, 1995 folgte der Satellitensender Syrie Satellite Channel. Der erste Privatsender war KAM-TV und wurde 2005 gegründet. Da er jedoch keine Lizenz vom Informationsministerium erhielt, sendete er ab 2006 von Dubai aus. Weitere private Sender sind Adonia TV, welches sich mehrheitlich im Besitz von Rami Marklev befindet, und Orient TV. Die Arabische Liga forderte offiziell im Juni 2012 die Satellitenbetreiber von Arabset und Nileset auf, die Ausstrahlung der syrischen Medien zu stoppen. Am 5. September 2012 stoppte Nileset die Ausstrahlung von Syria Satellite Channel, Syria News und Adonia TV. Arabset folgte diesem Schritt am selben Tag. Am 22. Oktober 2012 wurde die Ausstrahlung der beiden Fernsehsender Serien Drama Channel und Syria Satellite Channel auf Hotbird ebenfalls beendet. Kanäle Serien TV Adonia TV Channel Erste Channel Zweite Educational Channel Sammer TV Serien Drama Channel Serien News Channel Masaya TV Ere TV KAM-TV Noah Al-Sham Talakye TV V Untertitelung. BR 2018